So chill, ich lege vor und der Beat macht den Rest. Hey, hör mal den Rest. Sie und Ihre fünf Freunde wurden von einer Frau verbrüht. Von einer anderen Frau. Die Tussi, die hatte irgendwie so Superkräfte oder so. Warum bin ich so ein Freak? Du bist kein Freak. Hey, wie schön, ne? Wie war der Tag? Super wie immer. Ich wollte eigentlich fragen wegen meiner Beförderung. Du bist einer von uns. Du weißt es nicht, ne? Jeder Superheld braucht natürlich auch ein richtiges Outfit, ne? Ja, im Internet sah es irgendwie geiler aus. Wir sind der nächste Schritt in der fucking Evolution. Brauche kein Schutz, brauche kein... Ich kann plötzlich Leute durch die Luft werfen und so. Das ist doch nicht normal. Was bist du? Das ist dein wahres Leben. Das ist doch nicht der. Was ist los mit dir? Macht mir Angst. Mir auch. Einzige, wir sind eine Großfamilie. Deine Frau. Elektro-Man. Ja, das ist mein Superhelden-Name. Elektro-Man. Was machen wir jetzt damit? Damit unseren Superkräften... Wenn die uns da draußen evischen, dann spenden wir uns weg. Wir können einfach nicht mit normalen Menschen zusammenleben. Wurdest du mal von einer radioaktiven Spinner gewissen? Nicht, dass ich wisse. Was kannst du? Das ist ein paar Minuten. Das ist ein paar Minuten. Das ist ein paar Minuten.